Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen auf dem von Buddenbrock YouTube-Kanal. Worum wird es hier bei uns gehen? Wir sind Spezialist für betriebliche Versorgung und Benefits. Das heißt BAV, BKV, BBU, betriebliche Benefits und natürlich auch die Optimierung bestehender Versorgungsleiter. In unserem Format Eine Frage, Eine Antwort klären wir die wichtigsten Fragen rund um das Thema BAV. Du willst nicht viel sehen, du willst nicht viel hören, du willst einfach eine präzise Antwort haben. Die bekommst du von uns. In der Rubrik Klartext, betriebliche Versorgung, da liefern wir dir den echten Content rund um das Thema Betriebsrente, betriebliche Krankenversicherung und die betrieblichen Benefits, damit du gute Antworten findest, wie es bei dir im Unternehmen einfach richtig gut laufen kann. Wir hoffen, du findest dich bei uns wieder und wir können dir helfen, dass dein Unternehmen an der Stelle stärker wird. Wenn du also einen kompetenten Rat brauchst, bist du bei uns genau an der richtigen Adresse. Nun wünschen wir viel Vergnügen beim Durchstöbern von unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.